Vorab, ich bin ein synthetisches Video, basierend auf künstlicher Intelligenz der führenden Digital Marketing Plattform ONKB. Ich arbeite noch im Lernmodus. Wie soll ein Messenger denn beim digitalen Aufbau des eigenen Unternehmens helfen? Messenger People aus München hat die Antwort. 2015 in München gegründet, arbeiten mittlerweile rund 40 Mitarbeiter aus 12 Ländern für den Pionier, der als führende Software-SA-Service-Plattform über 700 Firmen und rund 20 Millionen Nutzern die Vorteile von WhatsApp und Co. als Kommunikationsmittel zwischen Unternehmen und Kunden näherbringt. Matthias Mähner ist nicht nur gefragter Speaker, Coach und Buchautor im Bereich Messenger Marketing, sondern auch Managing Director und Chief Marketing Officer bei Messenger People. Im Gespräch mit Mario Rose spricht er darüber, wie man Messenger im Unternehmen am sinnvollsten einsetzt, seinen liebsten Business Case und den Grund, warum man Chartboats noch nicht auf die Kunden loslassen sollte.